Ich bringe vor allen Dingen Leute zusammen und ich bringe Leute bei, wie sie mit Spaß und Erfolg und Leichtigkeit telefonieren. Telefonakquisetraining, weil ich sehr viel Erfahrung habe in dem Bereich. Ich habe das jahrelang für unsere Druckerei gemacht, mich um neue Kunden gekümmert. Ich habe sehr viel Praxis und ich mache auch sehr viel Praxis in meinem Training. Das heißt, es gibt natürlich das nötige Basiswissen, aber dann gibt es vor allen Dingen Übungen. Man übt und macht Live-Gespräche und lernt über das Tun.